Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben. Magic, The Gathering. Mein Name ist Geis. Und ich bin Martin. Geis, ich verneige mich vor dir. Du hast geschafft, wovon so viele von uns, mir eingeschlossen, jahrelang geträumt haben. Und was so unmöglich schien, du hast tatsächlich Magic, The Gathering durchgespielt. Genau so ist es. Aber um euch zu zeigen, wie ich das schaffen konnte, muss ich euch mitnehmen ins Jahr 1997, als euch in einer Partie Magic noch Mana Burn widerfahren konnte und Damage über die Spellchain verrechnet wurde und als das Tappen von Mana noch so klang. Los geht's! Ja, hallo Geis! Hallo Martin! Schön, dich zu hören. Schön, dich endlich wieder zu hören nach einer doch unverhältnismäßig langen Pause. Ja, wir mussten unsere Reise nach Baldur's Gate natürlich noch auskosten und erstmal vielen, vielen Dank für das ganze Feedback, was wir zu dieser experimentellen Folge bekommen haben. Ganz toll. Ja, vielen lieben Dank. Leider haben wir uns einen Schnupfen zugezogen, den wir erst auskurieren mussten in der Zwischenzeit, also ich insbesondere. Koronski ist vorbeigekommen und genau, er hat mich ein paar Wochen flachgelegt, aber jetzt sind wir wieder da und wir sind wieder fit und wir freuen uns und wie so oft in unserem schönen Podcast, wieder einmal eine Folge, auf die ich mich extrem freue und schon seit Monaten, wenn nicht gar Jahren vorbereitet habe und mich trotzdem immer noch nicht ready fühle dafür. Heute geht's um das vielleicht beste Computerspiel, das beste Magic Computerspiel, das je rausgekommen ist und es nennt sich Magic The Gathering. Hat aber auch den schönen Spitznamen Shandala, denn man spielt auf der Plane Shandala. Und davon wirst du mir und vor allem euch auch heute berichten. Ich bin schon ganz gespannt und bevor du das machst, gibt's auch noch eine kleine Vorspeise, damit wir dann gut gestärkt nach Shandala aufbrechen können. Und Geist, was gibt's denn heute als Vorspeise? Passend zum Style dieses Spiels, über das wir heute sprechen, gibt's als Vorspeise Mixed Pixels. Genau und es passt eigentlich auch sehr gut, dieses historische Thema zu einer Begebenheit, die sich ereignet hat. Und zwar sind wir erwähnt worden von einem wunderbaren Podcast und zwar von Daniel und Richard, die den tollen Podcast Geschichten aus der Geschichte machen, den ich schon ganz, ganz lange höre. Und du hast, glaube ich, auch mal reingehört jetzt, nachdem wir diesen Shoutout bekommen haben. Und die beiden machen Folgendes, das sind zwei Historiker, die erzählen sich jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte und der Clou dabei ist, der eine weiß nicht, was der andere ihm erzählen wird. Und da geht's immer um so historische Begebenheiten, Besonderheiten. Manchmal zeichnen sie das Leben von einer historischen Person nach. Manchmal geht's aber auch so um so einen ganz kurzen Moment in der Geschichte. Und es ist ein ganz, ganz tolles Format. Und ja, der Daniel, schöne Grüße an Daniel, schöne Grüße an Richard. Der spielt auch Magic the Gathering und der hat unseren Podcast gehört und ja, hat den empfohlen. Cool. Vielen, vielen lieben Dank. Das bedrifft uns sehr, sehr viel. Wir wurden mehrfach darauf angesprochen, was heißt, auch heißt, dass ihr eine ganz, ganz breite Zuhörerinnenschaft habt. Und ja, vielen Dank, dass wir sozusagen ein bisschen Nutznießer davon sein durften und ein paar Leute darüber uns finden konnten. Deswegen herzlich willkommen alle, die uns heute vielleicht zum ersten oder zum zweiten Mal hören und uns gefunden haben über diesen schönen Podcast. Genau. Und wir, wie durch Zufall machen wir dieses Format oder erweisen wir dem Format einer Reminiszenz, in dem du mir heute was erzählst von einem historischen Thema und ich mit lustigen Fragen dagegen halte. Ja, komm mit mir zurück in eine Welt, in der einige Dinge besser waren und viele Dinge einfacher, zumindest die Grafik von Computerspielen. Dann lass uns aufbrechen nach Chandala. Was haben wir denn für Hauptspeise? Du hast ein traditionelles Essen aus Chandala mitgebracht. Ich erkläre es dir später. Es gibt heute Food für 10 bis 20 Gold, das Stück. Verlockend. Okay, Guys. Magic the Gathering. Chandala. Was ist das? Was ist das? Das ist ein Computerspiel. Erstmal ein paar allgemeine Sachen drumherum. Später erzähle ich euch dann noch, wie ihr es selber ausprobieren könnt und was in diesem Spiel überhaupt passiert. Ja. Und Martin grätscht mir einfach permanent rein. Es kann sein, dass ich jetzt ins dreistündige Monologisieren gerate. Ich versuche es aber ein bisschen kürzer und knapper zu halten. Also, wir befinden uns im Jahr 1997. Microprose, ja, Microprose bringt ein Spiel raus. Und was schlicht und einfach Magic the Gathering heißt. Untertitel the number one strategy card game now on the PC. Und ja, eins der besonderen kleinen Dinge, die das Spiel womöglich auch besser gemacht haben, ist, dass Sid Meier damals an der Entwicklung beteiligt war. Es war das letzte Spiel, was er für Microprose noch gemacht hat. Sid Meier, den kennt man vielleicht daher, dass er Civilization erfunden hat. Dieses, das Spiel, das Computerspiel. Okay. Und ganz viele tolle andere Spiele auch noch. Colonization war, glaube ich, sein Take auf die Besiedelung des amerikanischen Kontinents. Das habe ich, glaube ich, mal gespielt. Civilization habe ich auch mal gespielt. Und der hat halt sehr viele, sehr taktische Spiele gemacht. Und Microprose war ja eh dafür bekannt, dass sie sehr komplexe Spiele machen. Die hatten auch jede Menge so Flugsimulatoren, wo man erstmal so eine Telefonbuch dicke Anleitung lesen musste. Also, es war schon so eine Hardcore-Spiele-Schmiede. Ich glaube, das Starfleet Academy, das kam damals auch raus, glaube ich, auch von Microprose. Jetzt kann es sein, dass ich auf die Nase falle. Aber ja, Sid Meier ist auf jeden Fall ein Begriff. Ganz, ganz toller Game Designer. Der war ja auch noch beteiligt mit vielen anderen. Und ja, Magic the Gathering, Schandala. Ich sage jetzt einfach Schandala, sonst kommen wir durcheinander und es wird viel zu lang. Ist ein Singleplayer-Spiel, wo man, ja, Magic the Gathering, also das Kartenspiel spielen kann. Mit, ja, also digital dargestellten Magic the Gathering-Karten gegen eben NPCs. Aber hat eben auch das Besondere, dass es ganz viele Anleihen hat von Roleplaying Games. Das heißt, wir befinden uns irgendwie auf einer Karte. Wir sind so eine Figur, so eine Person, die rumreisen kann. Wir treffen auf, ja, Monster oder andere GegnerInnen, Wesen, gegen die wir antreten, indem wir Karten spielen. Das, das klingt erstmal irgendwie, ja, okay, macht aber total viel Spaß. Denn gerade, als ich angefangen hatte, Magic zu spielen, war ich nur in einer sehr, sehr kleinen Playgroup. Es war nicht im Jahr 97, sondern viel, viel später. Und ich hatte aber Bock, die ganze Zeit Magic zu zocken. Und da kann man einfach cool auch mal alleine eine Runde Magic spielen. So, mittlerweile kann man ja fast nur noch nicht alleine sozusagen, sondern immer nur übers Netz und gegen andere menschliche SpielerInnen spielen. Und da konnte man das eben einmal ganz alleine machen. Ich bin gespannt, was du gleich erzählst, weil da sind ja wirklich ganz viele Elemente da drin in diesem Spiel. Also Sid Meier hat ja auch Pirates gemacht. Da bewegst du dich ja auch auf so einer Oberlandkarte, wirst du ja gleich noch ein bisschen erzählen. Und triffst dann auch Leute. Und Civilization hat ja auch mit so verschiedenen Persönlichkeiten zu tun. Also diese ganzen Staatenlenker oder LenkerInnen, die werden dann auch irgendwie repräsentiert. Also ich bin sehr gespannt, wie dieses Magic trifft auf Civilization-Prinzip funktioniert. Genau, man muss allerdings dazu sagen, ich habe den Namen jetzt so sehr oft erwähnt, das ist nicht Sid Meier's Magic the Gathering, sondern das Team hat angefangen, das zu erstellen, zu bauen, zu bearbeiten. Und dann hat man Sid Meier nochmal so als Spritze quasi nochmal hinzugefügt dem ganzen Team. Das heißt, ich weiß nicht genau, was er daran gemacht hat. Vielleicht ist es ja wirklich dann irgendwie komplett neu gemacht worden. Aber zumindest gab es schon mal ein anderes Team, was ohne ihn angefangen hatte. Ich erzähle kurz zu der Version, die ich gespielt habe, die ich kenne. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für die Leute, die es vielleicht schon damals gespielt hatten. Also dieses Spiel durchlief auch diverse Updates. Es kam irgendwie ein paar Monate später, kam Spells of the Ancients raus. Da wurde der Kartenpool erweitert. Und einer der Kritikpunkte, kann ich am Ende auch noch eingehen, war, dass man das Spiel nur alleine spielen konnte. Also ganz anders, als es vielleicht heute ist sozusagen, eine ganz andere Qualität. Deswegen, man meinte so, hey, es gibt doch dieses Internet, lasst es uns doch nutzen. Also hat man tatsächlich im Jahre 1998 die Duels of the Planeswalkers, sozusagen Erweiterung, Add-on herausgebracht. Womit man das dann über ein System, was sich Mana Link nannte, so eine Art Lobby-System, wo man dann gegen andere menschliche SpielerInnen spielen konnte. Und dieses Spiel gehört aber mittlerweile keinem. 2001 sollte es, oder 2000 oder irgendwann sollte es nochmal ein Update geben dafür. Von Microprose kam aber nie. Und ich glaube, seit 2001 gibt es Microprose gar nicht mehr. Das Spiel gehört quasi niemandem. Das ist eine Abandonware. Und deswegen haben sich dann 2010 ein paar Fans gefunden, die dieses Spiel quasi geportet haben und befähigt haben, dass man es auf Windows 7 und aufwärts spielen kann. Ich kann aber gleich vorweg sagen, auch auf Windows 7 abwärts ist es spielbar in dieser Version. Denn ich, ich habe so einen alten Laptop mir behalten, auf dem läuft, Achtung, vielleicht kennst du es noch, Windows Vista. Oh, sehr gut. Aber auch schon sehr modern. Und da läuft das Spiel drauf, weil die Auflösung irgendwie da auf diesen riesigen 4 zu 3 Bildschirm und so, das sieht irgendwie alles schön aus. Und das gesamte Feeling, wenn du so ein Lüfterrauschen dabei hörst während des Spielens und so, das passt einfach alles. Deswegen, genau, habe ich es darauf gespielt. Wie gesagt, 2010 wurde das von der Community quasi geupdatet. Der Kartenpool wurde, glaube ich, in gewisser Weise auch noch erweitert. Und es gibt sogar eine noch neuere Version, wo man quasi Karten bis 2016 oder so in das Spiel reingeben kann und spielen kann. Die Version kenne ich allerdings nicht. Das heißt, ich habe diese 2010er Version gespielt. Und wie ihr die auch spielen könnt, kann ich euch jetzt kurz erklären. Ihr müsst nämlich einfach nur auf archive.org gehen und nach 2010 Duels of the Planeswalkers suchen. Und dann ladet ihr eine ISO-Datei runter. Die packt ihr in euer virtuelles Laufwerk rein und könnt es dann spielen. Klingt erstmal ein bisschen obskur, aber du hast es gerade schon gesagt, das Ganze ist Abandonware. Und soweit wir wissen, geht damit einher, dass es da keine Rechte oder keine Ansprüche mehr von irgendjemandem daran gibt. Sondern ihr könnt dieses Spiel, wie gesagt, unseres Wissens nach einfach runterladen, spielen und Spaß damit haben. Und solange ihr euch die Karten nicht ausdruckt und damit zum Turnier geht, ist, glaube ich, auch alles sicher, oder? Also das finde ich ja ganz nice, wenn irgendjemand, der mal Proxys macht, Karten in der Auflösung dieses Spiels einfach proxt. Das ist echt ganz nice, diese ganze Pixelgrafik. Also diese natürliche Pixelgrafik. Ja, niemand hat Ansprüche drauf. Deswegen, bekannte Streamer spielen das. Gabby Sparts hat das gespielt und noch viele weitere. Und es gibt ein paar ganz interessante Speedruns auch zu sehen. Das heißt, das Spiel ist bekannt, das Spiel wird gespielt. Und bisher wurde noch niemand verklagt dafür, das Spiel gespielt zu haben. Deswegen probiert es auf jeden Fall aus. Es gehört quasi uns sozusagen. Es ist uns allen mehr oder weniger überlassen worden. Okay, wie funktioniert es denn jetzt? Also du hast ja schon gesagt, man spielt natürlich Magic, man hat da so Karten. Und man hat aber auch irgendwie eine Oberlandkarte. Und es sind so Rollenspiel-Elemente drin. Wie passt das zusammen? Und was ist überhaupt das Spielziel? Also worum geht's? Genau, also wir bewegen uns mit unserer kleinen Figur, ja, die so pixelig sich durch eine zufällig erstellte Karte hindurch bewegt. Wir bewegen uns über diese Karte. Wir laufen über diese Welt. Das ist immer eine große Insel, die ist eingezäunt von Wasser. Und auf dieser Insel gibt es verschiedene Städte, die wir besuchen können. Und das machen wir natürlich nicht aus irgendeinem Grund oder einfach so, sondern Chandala ist quasi, wird überlagert von einem großen Schatten. Es gibt den bösen Planeswalker Asakon, der nach Chandala gekommen ist und die Wizards, die dort leben. Es gibt fünf Wizards, einen für jede Magic-Farbe. Weiß-Blau-Schwarz-Rot-Grün. Und die, quasi diese Wizards, die fangen jetzt an, getrieben von dieser dunklen Macht Asakons, Städte zu belagern und dieses Land in Angst und Schrecken zu versetzen. Und hier gibt es eine schöne kleine Sache. Vielleicht haben wir kurz die Zeit dafür. Haben wir kurz Zeit, Martin? Bestimmt! Das Schöne bei alten Computerspielen ist es, man installiert die und dann kann man in den Ordner gehen, den man installiert hat und findet in diesem Ordner bei diesen alten Computerspielen halt Dateien. Echte Dateien. Bilder, Videos, Sounds und eben auch Texte. Und ich habe in diesem Wust von Materialien, habe ich zwei Texte gefunden. Ich weiß jetzt nicht, ob die von damals sind oder ob die neuer sind. Der Zeitstempel ist, dass die am 25.04.1997 erstellt wurden. Da steht das Änderungsdatum quasi. Das heißt, ich vermute, dass sie nicht von einer Erweiterung kommen und kein Fan-Ding sind. Ich habe diese Texte aber nirgendwo im Spiel entdeckt. Die sind mir vollkommen neu. Und ich würde diese Texte, die quasi einmal Tale.txt heißen und Story.txt und der eine Text ist ganz ähnlich zu dem anderen und die ergänzen sich so ein bisschen. Ich würde die einmal kurz vorlesen, weil das beschreibt uns ein bisschen die Welt, in der wir uns befinden und was hier überhaupt passiert. Dann lass mich doch diese Geschichte ein bisschen untermalen mit Musik von Chandala. Bitte. Ich mache mal ein bisschen so Oberlandmusik hier rein, die war aus dem Spiel und Geis erzählt eine schöne Geschichte aus Chandala. Chandala war immer eine Welt, die reich war an magischen Kräften. Viele Bewohner dieser Welten wurden mit der Fähigkeit geboren, die magischen Quellen des Landes zu formen und zu steuern. Um den Missbrauch der Magie zu verhindern, wurden viele Jahre zuvor fünf Gilden der Magie gegründet. Jede dieser Gilden spezialisiert sich im Studium und der Benutzung einer bestimmten Farbe von Magie. Nach einiger Zeit befanden sich die Gilden miteinander in Konflikt. Es wurde entschieden, dass die Führer jeder Gilde in einem Komitee zusammengeführt wurden, beauftragt mit dem Einführen von Gesetzen, um Harmonie und eine Balance unter den Zaubermeistern der Welt zu erhalten. Es gab eine Zeit der Probleme, eine Zeit des Leidens und des Todes, eine Zeit, in der Böses das Land durchzog und Gefahr in jedem Schatten lauerte. In der Ebene von Chandala wurde die Macht der Magie geboren und die fünf Zaubermeister regierten mit Terror die Bewohner des Landes. Aus der Sicherheit ihrer massiven Burgen heraus sandten die Zaubermeister gewaltige Kreaturen, gierige Zauberer und heißhungrige Monster und für Äonen litten die Bewohner durch Schweigen und Kummer. Aber einige erlangten teilweise Weisheit und meisterten einige wenige der starken Zaubersprüche, komplexen Hexereien und wunderbaren Verzauberungen, mit welchen die Zaubermeister ihre Macht ausgeübt haben. Bis eines Tages ein junger Krieger das Wissen von unzähligen Generationen sammelte und auszog, das Land von der Geisel zu befreien, unter der es so lange gelitten hatte. Ich habe gerade gedacht, so beim Lesen, man macht sich ja heute, also um noch diesen Rollenspielaspekt nochmal reinzubringen vom letzten Mal, man macht sich aber große Gedanken um die Welt, die man da erschafft und Konflikte und so. Und guck mal, so einfach kann es sein. Großes Leid, teilweise steht Rettung im Raum, aber sonst alles stimmt. Teilweise Weisheit. Ja, teilweise Weisheit. Ihr seht auch, wenn ihr auf Archive.org geht, dass da ein Bild eingeblendet ist von einer CD, wo auch draufsteht, dass es die deutsche Version ist. Und dieser Text ist auch auf Deutsch in diesem Ordner drin. Den habe ich jetzt nicht übersetzt oder so. Das heißt, ich glaube, dass es vielleicht eine deutsche Community war oder die deutsche Version als Grundlage genommen wurde, das zu portieren. Ganz schön, hier ist auch von Asakon überhaupt nicht die Rede. Das ist quasi der Endgegen, auf dem man trifft. Vielleicht soll der auch als Überraschung dann auftreten. Von dem hat man auch nicht mehr so viel gehört seitdem, oder? Nee, nee, nee. Wo auf das Bad war, war er auch nicht dabei. Genau, also wir haben diese fünf Zauberer, die sind im Spiel auch ganz schön dargestellt. So als Frauen und Männer in so Rüstungen. Und die Frau so ein bisschen wie ein Meervolk mit so einem Weizack. Ich glaube schon. Die hat auch keine so richtigen Füße, scheint mir, sondern nur so eine auslaufende, schlängelige Flosse. Ich kann es nicht so richtig erklären. Der grüne Zauberer, also die haben alle solche geilen Disco-Stäbe auf jeden Fall. Die haben wie so leuchtende LEDs dran. Jeder hat so einen Staff irgendwie, so einen Stab. Beim schwarzen Zauberer ist es so eine Sense. Beim weißen Zauberer ist so ein christliches Kreuz irgendwie da oben dran. Also fast christliches Kreuz, möchte ich mal sagen. Hat aber auch einen Torbahn auf. Hat so eine große Tatze. Grüne Zauberer ist so ein grüner Gandalf, ne? Ach stimmt, der hat so eine grüne Tatze, ja genau. Und was hat er bei Rot? Ein Kelch? Irgendwie so ein Kelch. Ein Blutkelch. Diese Frau, die so gut wie nichts an hat, die hat eigentlich nur so ein Borat-Bikini an. Ja. Und zu ihren Füßen liegen viele Totenschädel. Da liegen viele Totenschädel, ja. Das kann ich euch kurz erklären, ne? Und zwar sammeln sich diese Totenschädel an, diese Zauberer. Die belagern immer wieder im Laufe des Spiels Städte. Harmlose, arme Städte, die nichts verbrochen haben. Und dann gibt es immer Newsflash. Ja, gibt so eine Einwendung. Da steht drüber, drüber Newsflash. Und dann steht immer da, welche Stadt gerade belagert wird von welchem Zauberer oder Zauberin. Und dann hat man die Aufgabe, diese Stadt eben, ja, zu befreien. Und wenn man das nicht schafft, rechtzeitig, dann sammeln sich eben so ein paar von den Totenköpfen an. Und dann ist diese Stadt zerstört oder dieses Dorf. Und die Zauberer sammeln diese Totenköpfe an. Das ist dann so ein bisschen so ein visueller Hinweis. Denn das darf nicht zu oft passieren, wenn es dreimal passiert. Wenn ein Zauberer es schafft, dreimal sozusagen ungehindert eine Stadt zu belagern, dann ist es Game Over. Aber dafür gibt es ja dich. Du verhinderst das, indem du, indem die Städte einfach reinläufst und sagst, Halt, ich habe hier diese magischen Karten. Ja, richtig. Genau, genau, genau. Genau. Also die Zauberer werden dann auch mächtiger sozusagen, wenn man das nicht schafft. Und ja, genau, da wird dann der sogenannte Spell of Dominion gewirkt, wenn man das nicht oft genug verhindern konnte. Also es hat auch alles irgendwie ganz witzige Namen. Ja, da ist man dann in so kleinen Dungeons unterwegs. Die gesamte Oberfläche dieser Karte ändert sich plötzlich. Ja, man ist dann wirklich in so einem, wie nennt sich das, wenn man diese Computerspiele, wo man nur so durch Tunnel hindurch geht. Also Dungeon-Crawler. Ja, Dungeon-Crawler, es gibt dafür auch so, na gut, man guckt von, man guckt quasi, ne, ja, das, 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 ich meine was anderes, aber das alles, was du sagst, ist richtig. Aber man hat die Perspektive von so schräg oben und man läuft durch so ein Labyrinth durch, was man noch nicht sieht. Denn nur je weiter man vordringt in diesem, in diesen Gängen quasi offenbaren sich, was sich am Ende eines Gangs befindet oder, ja, welche Monsters sich darin verbergen, welche Goodies vielleicht man auch finden kann. Und, ähm, äh, ja, ne, also es gilt halt in diesen Dungeons hindurch zu kommen, die, die, ähm, ähm, äh, es gibt Rätsel, die man lösen kann, das heißt so kleine Scrolls, ne, da werden dann einem so Fragen zu Magic-Karten gestellt. Welche grüne Karte hat die Kosten? Drei beliebige und ein grünes. Und dann ist so Multiple-Choice-mäßig, wenn dir so drei, vier Fragen gestellt. Und, ähm, genau, wenn du es falsch beantwortest, erscheint dann dort halt ein Gegner. Wenn du es richtig beantwortest, kannst du dann durch diesen Gang hindurchlaufen. Du findest halt auch Schatztruhen und dann halt echt super mächtige Karten. Kann ich auch später noch auf, ähm, ähm, darauf eingehen, was, was wir hier für einen Kartenpool überhaupt haben. Und, ähm, ja, wenn, wenn du, wenn du, äh, hier, dich hier durchkommst und wenn du das quasi, ähm, gut schaffst, dann, äh, und dein Deck damit immer wieder verbesserst, ne, du kannst quasi Karten kaufen, kannst Karten verkaufen und so weiter in den Dörfern, ähm, dann kannst du irgendwann mal in diese Schlössereien von den, von den, von den, äh, fünf, von den Fünf-Ursatz. Und wenn du dann dort die Wizards jeweils besiegst, alle fünf, dann trittst du eben gegen den Azakon am Ende an. Der hat, ich glaub, 300 Leben oder so. Hier steht 400? 400, ja, ich, ja, ich, da steht 400, aber ich hab gestern so ein Playthrough gesehen, wo es 300 waren, ähm, vielleicht ist das in verschiedenen Versionen anders, das weiß ich nicht genau. Also es soll eine Lebenspunktezahl sein, die eigentlich unbesiegbar groß ist. Und der Deal ist da nur, dass man sagt, hey, ich glaube, so viele Lebenspunkte, wie du es schaffst, dem abzuziehen, abzuziehen, bevor du stirbst, so viele Jahre oder Jahrzehnte ist dann Shandala von seinem Einfluss befreit. So, und dann gibt's nochmal die statistische Auswertung, ähm, am Ende. Und es sind ganz, ganz, ganz tolle Bilder, wenn man so ein, wenn man so ein Dungeon oder wenn man eine Stadt befreit, vor allem, wenn man eine Stadt befreit, gibt's ein ganz tolles Bild. Also es ist nichts zu vergleichen, am Ende gibt's so ein kleines Video, wenn man das Spiel gewinnt, aber es gibt nichts vergleichbar Schöneres wie, ähm, das Bild, das man bekommt, wenn man so eine Stadt befreit. The people rejoice! Und dann sieht man halt eine Anordnung lustigster gestalten. Schaut mal bei uns auf Twitter dabei, da hab ich neulich erst ein Bild gepostet, ein Foto, ein Foto vom Laptop quasi. Ähm, äh, Twitter tasty unterst-, äh, äh, at tasty unterstrich mtg. Wie würdest du das beschreiben? Ja, versuch doch mal, den Leuten, die das noch nicht kennen, zu beschreiben, wen man da sieht und wie das aussieht. Also, ich, ich guck auf ein Bild, da stehen, ähm, ich erkenne fünf Gesichter, fünf Gestalten, die, ähm, vor so einer Brüstung stehen. Äh, im Hintergrund ist das Land, Chandala, und es sind dabei ein, ein, das erinnert mich so ein bisschen an einen Ork, der hat, also dem fehlten Auge, dem fehlten Bein, der hat ein Holzbein dafür, der hat ein Glasauge. Tierische Ohrbeine, ja. Er freut sich aber sehr, äh, reckt die Hand zum Gruß und, ähm, also winkt, winkt uns zu. Dann haben wir... Seine Gicht, seine Gichterfüllte, vierfringige Hand hebt er zum Gruß, ja. Aber er sieht erleichtert aus. Dann haben wir, ähm, dann haben wir einen grün, äh, grünhäutigen Ork, grünhäutige Orkfrau, die auch diese, also irgendwie alle weiblichen, äh, Charaktere haben leichte Bekleidung an. Alle, ne, auch die männlichen gelesenen, alle sind in Unterwäsche hier. Genau, äh, grünhäutige Elfin haben wir auch noch, ähm, die Proportionen stimmen nicht ganz so, also die, die, das Verhältnis von Beinen zu, Oberkörper zu Kopf ist nicht so ganz gelungen. Wir haben noch ein Gelbhäutig. Das heißt, sie gelungen, nur weil bei Menschen das auf eine bestimmte Art und Weise, ähm, die Verhältnisse sind, ne? Im Hintergrund, das sieht so aus wie so ein, wie so ein Kami aus Kamigawa. Ja, genau. Der, äh, so ein Geist. Und wir haben noch einen, äh, 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 so ein Echsenwesen, das aber auch eine Rüstung trägt, aber nur, ähm, im Oberkörper und am Kopf. Und er hat noch so einen Stab in der Hand und von hinten, äh, äh, umrangt die Elfin auch noch so ein, äh, orangefarbenes, rosafarbenes Tentakelmonster. Ne, Tentakel hat das, Tentakel hat das nicht. Oben ist der Kopf und dann hat's halt wirklich zwei Hände und zwei Beine. Also, ganz weird. Alle, alle sechs Charaktere gefunden. Es gibt noch vier Pixies, die hier rumfliegen, so. Vier kleine Feenwesen. Äh, es ist großartig. Schaut's euch auf jeden Fall mal an. So, aber jetzt hast du, hast du einen Eindruck bekommen, so, worum's geht, was ich hier irgendwie zu tun, was ich vorhabe? Also, äh, ich fand's jetzt vor allem spannend, dass bislang noch wenig davon berichtet wurde, wann Magic gespielt wird. Also, es gab jetzt viele, viele Rollenspielelemente und ich fand das erst mal mutig, wo du's erzählt hast. Also, nicht, dass du's erzählt hast, sondern dass, ähm, anscheinend, äh, Magic gesagt hat, ja, wir, wir geben diesem Spiel grünes Licht, weil, äh, ein großer Teil scheint da wirklich so Exploration zu sein. Also, Erkundung des Landes, Interaktion, äh, in Städten, in Dörfern, Erkundung von Dungeons und es klingt erst mal nach einem Rollenspiel und ich stell's mir jetzt so vor, die Kämpfe werden halt ersetzt durch Magic-Partien. Ja, genau. So ist es auch. Also, wie gesagt, auf das Gameplay geh ich später noch ein. Ich würd jetzt einmal so kurz ein bisschen beschreiben, was man so erlebt, wenn man das Spiel startet, damit man so eine Vorstellung hat, wie das ist, reinzukommen, weil ich find, das hat immer so einen ganz eigenen Zauber, einen ganz eigenen Charme. In dieser 2010er-Variante ist leider nicht mit drin, wahrscheinlich aus, 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 ähm, aus irgendwelchen Gründen, weiß ich nicht. Ähm, und zwar, das Tutorial, es gibt so ein Magic-Tutorial-Video. Es gibt tatsächlich 100 Minuten Videomaterial, was einem Magic erklärt. Das könnt ihr euch bei YouTube anschauen. Das verlinken wir euch auch. Und Martin, du hast, glaub ich, auch so einen Soundclip draus gespielt. Vielleicht können wir kurz das Setting beschreiben, damit man weiß, wer da drin spricht. Man hört nämlich gleich zwei Leute sprechen, eine, eine, eine Frau und ein Mann. Das ist eine Frau in einem weißen Kleid mit so einem roten, langem Umhang, ja, so eine, ähm, ja, weiß ich nicht, so eine Magierin. Also eine Magierin, genau. Und es gibt halt so, sieht aus wie Darth Vader ohne Helm, so ein bisschen, so ein schwarzer, langer Umhang und so ein, ja, schwarzes Gewand. Ein Typ, der daneben steht und die stehen so vor so einem 3D-Greenscreen-Raum, also vom Greenscreen aufgenommen, aber halt in so einer 3D-simulierten Welt und stehen so vor neben einem Tisch. Und auf diesem Tisch wird dann halt Magic gespielt mit so kleinen, ähm, nicht mit Karten, sondern auch mit so simulierten Figuren und es gibt so ganz, ganz tolle Dialoge. Und die legen sich wirklich ins Zeug, also die, die schwingen da ihre Umhänge und wirbeln da rum und deuten aufeinander und gestikulieren wild und, und die erklären uns jetzt, wie man Magic spielt und wir sind jetzt gerade an dem Punkt, wo es drum geht, ähm, äh, ich hab, ich hab Mana vor mir liegen, ich hab Landkarten vor mir liegen, die kann ich für Mana tappen, um dann Sprüche zu zaubern und da hören wir mal rein, wie das erklärt wird. Machen wir. Now, once this mountain card is in play, you can tap it to get one point of red mana, represented by the fireball symbol. To tap a card means to use that card. Tapped cards turn sideways to show that they're tapped. Ah, mana. Tapping a land card adds its mana to your mana pool, which looks like this. Again, one for you, one for your opponent. Since a mountain has been tapped, there is one point of red mana in the pool. You can now use the mana to cast another spell in your hand, such as this lightning bolt here. The lightning bolt requires one point of red mana and allows you to sling lightning at an opponent's creature, or even your opponent. Allow me. I have now damaged my hapless foe for three points of damage, which is subtracted from his life points, here. When your life points hit zero, that's it. Duel over. So try to keep the points up. Of course, a well-prepared wizard wouldn't have to stand there and get fried. For example, I might have an interrupt spell, such as this blue elemental blast. By tapping an island. If you have an untapped island to spare. I can interrupt her spell, sending it directly to the graveyard. So weit vielleicht mal. So viel. So toll, wenn einem so magic erklärt wird. Da ist man gleich richtig, richtig drin, finde ich. Ich sag nur, to tap a card means to use a card. Und er hat auch gleich richtig darauf hingewiesen, dass one untapped blue mana immer mit Vorsicht zu genießen ist. Auf jeden, ey. The graveyard. Und davon gibt's 100 Minuten. Das war eine von 100 Minuten. Das war nur ein Prozent der, der, das ist, ihr habt jetzt den Commander gesehen, den Rest des Decks, den gibt's dann quasi auf YouTube zum Nachschauen. Zieht's euch auf jeden Fall rein. Wir verlieben euch, dass das Video hat lächerliche 20.000 Views. Das ist zu wenig für diese schauspielerische Höchstleistung. Also wie gesagt, ich hab das im Game selber nie gesehen, weil's in der 2010er Version nicht drin war. Aber es ist das i-Töpfelchen auf dem schönen i, was ich euch jetzt noch irgendwie präsentieren möchte. Also, du startest das Spiel und du wählst den Schwierigkeitsgrad aus. Ja, es gibt Apprentice, Magician, Sorcerer und Wizard. Wizard das Schwierigste, Apprentice das Einfachste. Und je nachdem, was du auswählst, ist tatsächlich die KI der Gegner, des Gegners irgendwie schlauer oder weniger schlauer. Also bei Apprentice wird durchaus mal so ein Pumpspell auf deine eigene Kreatur gespielt. Also quasi der Gegner spielt ein Pumpspell auf meine Kreatur, die nicht mal im Kampf ist vielleicht manchmal, ja. Oder zerstört eine Kreatur von sich selbst mit einem Terror oder was auch immer. Das heißt, man kann schon auf Magician spielen oder auf Sorcerer, das Spiel wird nicht zu hart auf jeden Fall. Und man kommt trotzdem noch ganz gut, ganz gut hindurch. Im nächsten Schritt wählt man eine Farbe aus, mit der man startet. Rot, Weiß, Schwarz, Grün, Blau. Die sind auch hier irgendwie ganz nett beschrieben, was die machen hier. Black, Black, Magics, Power comes from Death and Decay. Und ja, das bestimmt eben auch sozusagen die Grundausrichtung des Stadtdecks, was man hat. Wenn man auf einem leichten Schwierigkeitsgrad spielt, ist das Stadtdeck dann sehr, sehr stark in die Farbe quasi, hat hauptsächlich Karten dieser Farbe, die man hier gewählt hat. Wenn man auf Wizard spielt, kriegt man glaube ich ein drei- oder vierfarbiges Deck, was so ein bisschen mehr Karten der Farbe hat, die man gewählt hat. Also das Spiel, der Start des Spiels wird damit dann auch ein bisschen erschwert. Ich habe festgestellt, für mich ist es tatsächlich so ein bisschen unterschiedlich schwer, mit bestimmten Farben zu starten. Das kann ich dann später noch, wenn man so über Deckbaustrategien spricht, irgendwie mit erklären. Also zum Beispiel mit Rot und Weiß, eigentlich mit allen Farben außer Blau, bin ich immer reins gut zurecht gekommen. Mit Blau nicht so richtig, weil dann doch irgendwie sehr, sehr viel über Combat Damage läuft und Blau nicht so viele, zumindest in den Stadtdecks, nicht so viele coole Kreaturen drin hat. Ja, dann geht's weiter. Was kommt bei allen klassischen guten Computerspielen danach meistens? Dann baust du dir deinen Helden und ziehst los. Genau richtig, da kommt der Avatar-Generator. Also man kann aus 17 Grundtypen von so Figuren wählen, kann denen unterschiedliche Hautfarben geben, in allen Farben, in allen Farben des Regenbogens, kann denen unterschiedliche Sachen anziehen, kann denen Equipment in die Hand geben. Und bevor man dann weitergeht, muss man natürlich auch dann den Avatar lokal auf der Festplatte abspeichern. Klar. Und erst dann kann man weitergehen. Aber ein Schritt fehlt noch, ein wichtiger Schritt fehlt noch, bevor das Spiel losgeht. Du schreibst rein, ich heiße Geiss the Magician. Richtig, genau. Noch eine Namenseingabe und dann geht's los. Und dann stehst du in Chandala und guckst dich um. Dann sagt man so schön, Chandala Materializes, irgendwie sowas. Es gibt immer so einen Spruch am Anfang, wo quasi berechnet wird, wie diese Karte aussieht. Wie gesagt, die wird immer zufällig erstellt. Ah, okay. Erhöht auch ein bisschen den Wiederspielwert natürlich. Das heißt, man weiß nicht, wo man sich befindet. Man kann dann eine Karte aufrufen und weiß, in welcher Ecke man ist. Aber man weiß jetzt nicht, wo befinden sich die fünf Schlösser beispielsweise. Die muss man suchen. Und genau, ich hab dir hier so ein Bild rübergeschickt quasi von dem Interface. Da gibt's so links, siehst du so ein paar Buttons. Also wir sehen erstmal so einen fetten Spielrahmen irgendwie. Und innerhalb dieses Rahmens, in diesem Buntglasfensterrahmen, da befindet sich dann sozusagen die Ansicht unserer Karte. Da agieren wir, da bewegen wir uns rum. Da haben wir so einen kleinen Avatar irgendwie, den wir durch die Gegend bewegen. Der sieht, egal welchen Avatar wir am Anfang einstellen, der sieht immer gleich aus, auf jeden Fall. Aber die Farben korrespondieren, hab ich jetzt gesehen, mit der Kleidung, die du eben angezogen hast, oder? So ein bisschen. Ich glaube, nein. Lass mich lügen. Ich weiß nicht, ob es jetzt versionsabhängig ist, aber ich glaube, nein. Der sieht bei mir eigentlich immer gleich aus. Okay, ich dachte nur, weil der hier auch ein weißes Hemd anhat und dann diese rote Hals. Das sind die Screenshots, die ich dir geschickt hab, sind Screenshots aus komplett unterschiedlichen Partien. Okay. Achso, du meinst, weil der links unten, der da abgebildet ist, da hier in dem, ja. Nö, das hat da mal nichts zu tun, tatsächlich. Okay. Aber gut, er sieht gerüstet fürs Abenteuer aus, wie er das. Du siehst ja einfach immer einen weißen Mann in Jeans mit einem Hemd und einem roten Schal als kleinen Avatar dargestellt. Egal, was für einen diversen Charakter du dir vorher eingestellt hast. Den haben sie noch von Pirates übrig gehabt. Den haben, so ein Kursar. Probably, genau. Okay, und dann hast du dieses Interface und das sieht ja erst mal halt. Dann hast du das Interface, genau. Wie sieht das aus? Also da ist ganz viel Zeug dabei, was man eigentlich aus Magic nicht so kennt. Also da ist, wir hatten vorhin schon gesprochen über das Essen. Da ist so eine Flasche Wein und ein bisschen Essen. Food. Genau, das ist Food. Ganz wichtig, kann ich kurz erklären. Food brauchst du, also kann man sich in Städten immer wieder kaufen. Wie gesagt, ein Food kostet so 15 bis 20 Gold. Und wenn du kein Food hast, bewegst du dich über die Karte ganz langsam, ganz langsam, ganz langsam. Du musst dir vorstellen, du kommst auf diese Karte und überall wimmeln so Gegner rum und so Monster und sowas. Und die kommen immer auf dich zugelaufen und wollen unbedingt gegen dich kämpfen. Das heißt, man versucht auch ein bisschen von denen wegzukommen und irgendwie durch die Gegend zu laufen. Es gibt auch so Wege, auf denen läuft man nochmal schneller. Dann hast du Gold, aber keine Gems? Du hast, doch, Gems hast du auch. Direkt drunter, du hast Gold, richtig. Hier am Anfang sind es 200. Du kannst damit Karten kaufen, in jeder Stadt kannst du Karten kaufen und du kannst eben auch Karten verkaufen, um eben Essen zu erwerben oder andere Karten zu erwerben oder um dich aus Duellen freizukaufen. Das heißt, wenn dich ein Gegner zwingt, ein Duell zu führen, hast du aber gerade keinen Bock, weil du eigentlich auf dem Weg warst ganz woanders hin, dann kannst du dich freikaufen. Meistens. Nicht immer. Dafür gibt es Gold und unten drunter siehst du in den fünf Farben Magics, siehst du so kleine Edelsteine, Amulette. Das ist ja doch wie Arena, Gold und Gems. Ja, genau, es ist doch wie Arena. Genau, du hast zwei Währungen. Du hast das Gold, das ist so die Easy-Währung und du hast die Gems. Die kriegst du manchmal nach bestimmten Duellen, die kriegst du, wenn du bestimmte Quests erfüllst. Ja, das gibt es auch noch. Die kriegst du, die findest du manchmal zufällig und mit denen kannst du dann eben wiederum Karten erwerben, wertvollere Karten erwerben oder bestimmte World Magics einlösen. Ich kann ja kurz erklären, die World Magics. Du siehst, neben diesem schwarzen Amulett, da ist so ein kleiner Kartenstapel abgebildet. Und das ist der, der nennt sich Conjurer's Will. Also man kann innerhalb des Spiels sozusagen zwölf Artefakte, sag ich mal, einsammeln, wie auch so RPG-mäßig üblich. Ja. Man kann doch mal so Dinge einsammeln, die man entweder aktivieren kann in bestimmten Situationen oder die einfach dauerhaft so einen Effekt geben. Und hier, dieses Ding nennt sich Conjurer's Will, kostet 400 Gold, wenn man das irgendwo finden kann. Meistens wird das in bestimmten Städten angeboten, die kann man dann suchen und dann kann man sich das kaufen. Und das ermöglicht es einem dann, außerhalb von Städten sein Deck zu editieren. Das kann man nämlich sonst nicht. Sonst kann man nämlich nur, wenn man in Städte geht, kann man dort sein Deck auch bearbeiten. Und wenn man dieses World Magic hat, kannst du es eben auch machen wie hier, wenn du einfach im Sumpf stehst. Und du hast gerade gesagt, man hat am Anfang schon ein Deck. Oder muss man erst in die erste Stadt gehen und sich Karten kaufen? Nein, du beginnst mit einem Deck aus 40 Karten. Und das musst du dir erstmal zurechnen. Am Anfang hast du keine Wahl. Also hier zum Beispiel, in diesem Beispiel habe ich mit Schwarz angefangen. Das heißt, ich kriege am Anfang zwei schwarze Amulette. Ein grünes kriege ich auch noch. Das erkläre ich gleich. Und ich habe diese schwarze World Magic eben von den zwölf möglichen, die es gibt. Und kriege eben auch ein Deck, das besteht hauptsächlich aus schwarzen Karten. Hat aber eben auch ein paar grüne Karten drin. Das wird am Anfang gemacht, einfach um auch so ein, ne, dass du gleich einen Antrieb hast irgendwie, vielleicht ein paar Karten zu verkaufen, ein paar neue Karten zu akquirieren und dein Deck ein bisschen umzubauen. Da will dich das Spiel einfach so ein bisschen reinzwingen, dass du erstmal auch eine andere Farbe hast. Kannst dann aber sozusagen rumlaufen und Städte suchen, die schwarze Karten anbieten. Denn nicht in jeder Stadt gibt es alle Kartentypen oder alle Kartenfarben. Du gehst in Sümpfe und findest dort dann oftmals in den Städten schwarze Karten. Du gehst in Wälder und findest grüne Karten. Du gehst an das Meer und findest blaue Karten. Und es gibt bestimmte Städte, die haben noch so, ähm, ja, bestimmte Ausrichtungen, dass du Instance oder sowas gut kaufen kannst, ne. Also das kann man sich dann über die Karte auch schön anschauen. Also wenn man über die Karte läuft, kann man sich so auf der, auf der Map, ähm, die man dann so verkleinert, sich nochmal so komplett darstellen lassen kann, kann man sich einmal anzeigen lassen, wie die, wie die Dinger heißen, die, die Städte und kriegt so einen Überblick. Und dann kann man die aber auch umstellen und sieht dann, wo es was gibt. Also zum Beispiel, wenn du jetzt mal hier unter, unter Karte schaust, dann findest du am, am östlichsten Rand der Karte Nevermore Shrine. Und da gibt's dann gut schwarze Karten. Gut, das ist jetzt ein Ding, was am, ähm, ähm, genau, da drüber gibt's auch schwarze Karten. Das wird immer ein bisschen zufällig zugewiesen. Äh, dann gibt's hier, ähm, farblose Karten. Es gibt hier eine Stadt, wo es besonders gut Länder gibt, äh, farblose Karten. Und dann sieht man eben auch, ah, hier, äh, rechts unten hab ich schon das schwarze Schloss gefunden. Das Black Castle ist da. Das ist natürlich irgendwie ganz, ganz, ganz wichtig, dass man das weiß. Ist aber ganz pfiffig, ne, dieses, ähm, aus diesen Kartentypen so eine Art Rohstoffsystem zu machen oder so ein Handelssystem auch so ein bisschen, wo man sagt, ah, hier, da gibt's gut Hexereien und, äh, im Norden, da, da gibt's gute Kreaturen-Spells. Also ist ganz pfiffig umgesetzt, dass man da auch so... Das Spiel gibt dir permanent Anreize, dich zu bewegen, dein Deck zu ändern, gibt dir immer was zu tun die ganze Zeit. Du hast immer wieder kleine, kleine Dinge, die du machen kannst. Wie gesagt, diese Mini-Quests erfüllen, da komm ich gleich noch drauf ein. Ähm, du kannst eben unterwegs, also du hast ja auch einen Button, womit du Dungeon- und Castle-Clues aufrufen kannst. Das heißt, wenn du Duelle gewinnst oder bestimmte Städte manchmal besuchst oder, oder unterwegs, findet man eben Hinweise darauf, wo sich bestimmte, ähm, Dungeons oder die Schlösser auf der Karte befinden. Und die sammelt man dann hier eben, ne. Also das heißt, es ist auch ein gewisses Suchspiel irgendwie dabei. Kannst du das ohne die Hinweise auch finden, einfach durch drüber schlöpfen? Ja, richtig. Kannst du auch, kannst auch alles einfach, einfach absuchen. Ähm, und dann siehst du halt hier zum Beispiel, ah, da gibt's hier irgendwie die Soulchand Monastery, ja. Das ist so ein, das ist so ein Dungeon. Und da ist ein Hinweis hier, contain small red creatures. Okay, kleine rote Kreaturen, weiß man schon mal, worauf man sich einstellen muss. Es gibt bestimmte Dungeon-Rules, ja, also bestimmte Regeln, die darin, ähm, vorherrschen. Meistens ist es so, oder in fast allen Dungeons eigentlich, das Leben erhalten bleibt, ja. Das heißt, wenn ich im ersten Duell innerhalb eines Dungeons fünf Leben verliere, dann starte ich eben das nächste Spiel innerhalb dieses Dungeons auch mit fünf Leben weniger. Bestimmte Karten sind die ganze Zeit im Effekt. Und es gibt natürlich noch einen Hinweis auf den Ort. Und es gibt natürlich auch Hinweise, welche Karten man hier drin finden kann. Und in dieser, ähm, äh, in diesem Fall kann man eben Time Walk sich holen. Eine der Power Nine, ja, wo man für, 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 für einen, so ein Blaues einen zusätzlichen Zug bekommen kann. Ein Berserk, was, was Kreaturen sehr effektvoll pumpen kann. Und halt einen casual schwarzen Lotus. Klar. Der liegt da einfach so rum. Die sind dann natürlich auch, auch nicht so leicht, ähm, zu schaffen. Wenn man noch kein gutes Deck hat, sollte man die erstmal einen Bogen um die herum machen. Ähm, aber man kann halt auch Glück haben, in Dungeon betreten, wo dann halt zufällig das Layout, was zufällig erstellt wird, diese Wege dann halt so gesetzt sind, dass vor der Schatzruhe, in der sich der Black Lotus befindet, halt kein Gegner steht. Dann hast du kein Duell, dann holst du den Black Lotus, gehst wieder raus und lässt den Dungeon hinter dir. Ein Traum. Ein Traum. Ja, es ist ein Traum. Genau, du kannst dir permanent dein Spielerprofil irgendwie hier aufrufen in diesem Interface, ne. Also auf der linken Seite hast du so diese Buttons, um halt Karte, dein Deck und diese Dungeon-Clos und eben deine Statistiken quasi abzurufen. Und jetzt haben wir aber zwei Sachen oder eine wichtige Sache noch nicht erwähnt, die du hier unten angezeigt siehst. Also wir haben Gold, daneben ist das Food und dann gibt es halt noch ein Symbol, was aussieht wie so ein ägyptisches Ank, nennen die sich so? Ja, ein Ank-Symbol. Ank-Symbol, ja. Und da steht eine 10 daneben. Das sind die sogenannten Mana-Links. Du stattest das Spiel sozusagen oder jede Partie mit 10 Leben. Und du kannst, wenn du, kannst noch zusätzliche von diesen Mana-Links sammeln und dann quasi deine Lebenspunkte zahlen, mit der du ein Spiel beginnst, ein Duell beginnst, erhöhen. Okay, am Anfang bist du eigentlich so ein bisschen schwächlich und kannst quasi nur 10 Trefferpunkte, hast nur 10 Trefferpunkte und das kannst du dann hochleveln durch diese Angst-Symbole. Richtig. Genau, genau. Ja, ich habe eine ganz coole Liste gefunden, was diese ganzen, diese ganzen, sag schon World-Magics irgendwie machen, die gehe ich jetzt nicht alle durch, aber es gibt ganz, ganz tolle Sachen, die einfach die Grundregeln so ein bisschen verändern und einfach, ja, wie so Enchantments irgendwie so, die du wie Enchantments dabei hast. Also sehr, sehr RPG-like und ja, das macht total Spaß, die zu sammeln, diese Mana-Links zu sammeln, zu gucken, dass du Food hast, mit dem Gold irgendwie zu handeln, du hast die Amulette zu sammeln. Also wie gesagt, du hast einfach genug zu tun. Du hast jetzt gerade gesagt, ähm, ein Ziel ist unter anderem halt dein Deck stärker zu machen. Ähm, jetzt könnte ich mir ja vorstellen, äh, für bestimmte Begegnungen und bestimmte Konstellationen ist vielleicht, äh, ganz gut, wenn du noch ein zweites Deck hättest. Also bist du auf dieses eine Deck beschränkt oder kannst du auch sagen, ich, ich baue mir mehrere Decks da zusammen und ziehe dann und wähle dann vor jeder Duell aus, welches ich nehme? Also ich beschränke mich immer auf ein Deck und fast alle, fast alle Spielerinnen, die ich gesehen habe oder beobachtet habe beim Spielen, haben sich auch auf eins beschränkt, hängt so ein bisschen damit zusammen. Also man kann, glaube ich, vier Decks anlegen und sich dann immer ein Deck quasi aktivieren, aussuchen. Ähm, aber ich habe gemerkt, du willst halt auch bestimmte Karten verkaufen können, um dann halt Kohle zu haben, um sich neue Karten zu holen, um dieses Food zu kaufen. Du kommst, du stößt manchmal auf der Karte eben auch auf so, in Sümpfen sind es Friedhöfe, ähm, in der Plains ist es wie so ein kleiner griechischer, ähm, griechische Ruine irgendwie, wie so ein kleiner verfallener Tempel und da kann man dann eben auf, ähm, ja, zufällige, zufällige Sachen stoßen, eben auch Orte, äh, eben auch Dinge, wo man sich einfach für Goldkarten kaufen kann, beliebige Karten kaufen kann. Okay, also das Ressourcensystem unterstützt eigentlich nur ein Deck. So richtig? Ich würde sagen, ja, aber das hat auch sowas ein bisschen mit Playstyle zu tun. So, du bist halt dann irgendwie, du startest das Spiel als der Red Wizard und willst dann halt auch irgendwie der Red Wizard sein. Okay. Und du startest vielleicht mit einem rot-grünen Deck oder mit einem schwarz-grünen Deck oder so, aber eigentlich willst du dann Mono-Colored spielen, weil du bist ja als dieser Typ gestartet. Aber es zwingt dich überhaupt nichts, dabei zu bleiben. Du kannst auch komplett auf eine andere Farbe switchen und, ähm, es macht überhaupt keinen Unterschied. Aber du kannst ja auch so Five-Color-Goodstuff-Deck zusammenbauen, wenn du das irgendwie... Selbstverfreilich. Okay. Aber hallo, gerade wenn du dann die ganzen Moxer hast, ähm, lohnt sich das definitiv. Ja, genau. Und auf dieser Karte, also diese zufälligen Funde, genau, in den Sümpfen sind es Friedhöfe, ähm, es gibt Berge, so Säulenruinen, Schiffswracks und so Baumhöhlen und dann trifft man eben manchmal auf Gegner. Die haben ganz, die haben ganz tolle Karten, wenn man gegen die antritt. Man kriegt einfach Karten geschenkt, kleine Belohnungen und manchmal gibt's einfach Rätsel. Also das macht es zusätzlich nochmal irgendwie interessant, ähm, diese Karte, äh, diese, ja, diese, diese Karte, auf der man sich bewegt. Jetzt hast du grad schon gesagt, die Moxes sind drin, der Black Lotus ist drin, ähm, das klingt ja erstmal ganz verlockend, dass man mal mit Karten spielen kann, für die man sonst, äh, auf Magic Online sehr, sehr viel Geld ausgeben müsste und in Magic Arena gar nicht drin sind. Also das war, als ich angefangen hab, mit Magic zu spielen, für mich tatsächlich der Anreiz, ne, so einen Lotus zu kriegen, diese Moxe zu kriegen, die halt so, die Power Nine halt irgendwie mal mit der zu spielen, mit der man nie eine Möglichkeit hat zu spielen, wo man eigentlich auch in der Playgroup kaum sagt, ja, komm, jetzt drucken wir uns alle mal ein Vintage-Deck aus und spielen irgendwie damit gegeneinander, macht man halt dann irgendwie doch nicht. Und um einmal zu erfahren, sag mal, sind die überhaupt, sind die wirklich so gut, diese Karten? Machen die wirklich sowas? Ist so ein Dual Land wirklich so gut, wie es alle sagen? Ist es seine paar hundert Euro wert? Oder ist der, ist der Lotus irgendwie seine zehntausend Euro wert? Oder zwanzig oder achthunderttausend Euro? Je nachdem, welche Version man kriegt. Ähm, und das war ganz cool. Und das hat mich auch ein bisschen von diesem Fluch befreit, von diesen Karten. Und, ähm, ich hab die, natürlich im Laufe des Spiels, wirst du immer besser, irgendwann kriegst du diese Karten. Und irgendwann, du baust die natürlich in dein Deck ein. Und es ist unfassbar, was die machen. Und es ist so krass, mit einem Lotus zu starten und einem Mox und einem Land und hast plötzlich im Turn 1 fünf Mana und castest einen Shivan Dragon. Ähm, und dann bist du halt irgendwie mit fünf Power fliegend auf dem Board. Und das ist einfach unfassbar krass. Das gewinnt halt Partien. Und das, das Glück, die zu ziehen am Anfang, ist halt, ne, wenn du das Glück hast, dann veränderst du die Partie extrem. Es warpt diese ganzen Spiele unfassbar. Und, ähm, die sind aus gutem Grund auch gebannt, so. Die sind geil und die sind stark und die sind ikonisch und die sind legendär, aber sie machen das Spiel nicht besser. Aber es klingt tatsächlich so, als ob's, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen den Fluch auch von diesen Karten nimmt, sondern weil sie hier wirklich zu dem gemacht werden, was eigentlich sind. So Spielsteine, so Spielelemente, mit denen man einfach mal spielt und sagt, toll, äh, hat geklappt heute, hat Spaß gemacht. Und man hat nicht so dieses im Hinterkopf, das ist jetzt ein Investment und wenn ich damit gespielt hab und am besten spiel ich gar nicht damit und leg's in den Save. Ja, ja, genau, genau. Richtig, richtig. Man kann einfach damit spielen und gegen den Computer den Lotus auszuspielen, das fühlt sich auch nicht schlecht an, weißt du? So. Ähm, oder die Moxer irgendwie ins Spiel zu bringen und damit was zu machen. Und das, das ist einfach cool. Und es macht hier in dieser, in dieser, auf dieser Fläche sozusagen, diesen Medium macht's mega Spaß damit zu, damit zu zocken. Und du weißt auch, du kannst den Mox nicht kaputt machen, äh, oder den, den, den Black Lotus irgendwie kratzen oder knicken oder sowas. Und du hast halt die Game Economy voll unter deiner Kontrolle, ne? Also du bist nicht davon abhängig, dass der, wenn du heute Nacht spielst, dass der dann doppelt so teuer ist und morgen gar nicht zu kaufen gibt, sondern wenn du das Geld hast, kannst du den einfach, äh, kaufen. Also das virtuelle Geld und du musst, du machst dich nicht arm dabei. Hey, und trotzdem, du kriegst die nicht so einfach. Das sind Karten, die kannst du nicht für, für Amulette kaufen und auch nicht für Gold. Die musst du dir erspielen. So, das wissen die natürlich, dass die geil sind. Das wussten die 97 schon, dass die, dass die broken sind, diese Karten. So, das war schon klar. Und deswegen sind das auch so richtige Achievements, die du dir sammeln kannst in Form dieser Karten, mit denen du dann aber halt weiterspielen kannst auch. Das ist, das ist wirklich ganz cool. Aber du musst sie dafür nicht im Store des Spieles kaufen, sondern das gab's halt damals noch nicht und die mussten halt einen Weg finden, die da reinzumachen. Also waren die einfach schwierig zu kriegen im Spiel, aber du hast mit, äh, durchs Spiel die Möglichkeit gehabt, die zu kriegen. Genau so ist es. Eine Besonderheit gibt's hier noch. Aber es gibt Astral Cards, die haben wir in unserer Adventskalender-Folge schon einmal erwähnt. Stimmt. Wer neu ist, hört euch einfach mal so einen Adventskalender an. Oder beziehungsweise wartet bis zur Adventszeit, dann könnt ihr euch die letzten beiden gleich noch mit anhören, dann habt ihr drei Adventskalender, die ihr jeden Tag öffnen könnt. Ähm, es gibt die Astral Cards, das sind quasi Digital-Only-Karten, die 97 erstellt wurden. Und, ähm, die sind in diesem Spiel drin, die warpen das Spiel nicht krass, äh, die sind halt irgendwie witzig. Die haben so kleine Effekte wie, wir haben die Goblin-Polka-Band vorgestellt. Da sind halt dann halt so Random-Targets beispielsweise drin erwähnt, ne? Etwas, was vielleicht im, im, im Paper-Magic sozusagen schwer ist irgendwie zu bestimmen. Oder, oder, äh, du hast, ähm, genau den Gem-Bassar, den hatten wir vorgestellt, ne? Wenn der ins Spiel kommt, ähm, bestimmst du zufällig eine Farbe und dann, ähm, äh, kannst du den tappen für die Farbe und dann wird wieder eine neue Farbe ausgewürfelt, für die der tappt. Das kann man natürlich alles irgendwie auch abbilden in Paper-Magic, aber das ist eigentlich etwas, was supergut ins Digitale passt und was die hier damals schon, schon ausprobiert haben. Ähm, es gibt eine davon gedruckt, nämlich als man das Spiel gekauft hatte, war eine von diesen Astral-Cards, ähm, in übergroßem Format. Ah. Der Aswan Jaguar, äh, Jaguar, Jaguar, ähm, Aswan Jaguar war mit dabei. Da steht dann auch oben auf der Karte noch so schön Micro-Pros mit drauf. Wie spielt sie es denn jetzt? Jetzt, äh, hast du dein Deck gebaut, jetzt ziehst du da rum und, äh, wird es irgendwann repetitiv? Macht es Spaß? Ich hab noch gar nicht über die Duelle gesprochen, ne? Die Duelle bilden ja tatsächlich den, den Hauptteil des Spiels auch ab, ne? Also man wandert über diese Karte und dann laufen überall so, super schnell, so, wie so kleine Ameisen, die so ganz hektisch bewegen diese Gegner auf dich zu und das ist auch einfach ein bisschen stressig, weil man will am Anfang nicht jedes, jedes Duell führen, sondern man will erstmal von Stadt zu Stadt und sein Deck aufmotzen. Darf man aber nicht. Das heißt, diese Gegner laufen irgendwie auf einen zu und dann, bam, genau, und dann landet man eben so ein Duell, es gibt mal so einen Bildschirm angezeigt, wo halt zu sehen ist, zum Beispiel hier der, der Mindstealer, äh, der dann sagt, Those who enter the domain of the mighty black wizard must pay for the privilege. Will you? Und dann hat man zwei Optionen. Dual the Mindstealer, also ich kann einfach ins Gefecht, ins Kartengefecht mit dem treten, oder ich kann 80 Gold zahlen, um mich einfach aus diesem, aus diesem Duell wieder herauskaufen, um weiterziehen zu können. Links und rechts ist jeweils noch eine Karte abgebildet, denn, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, ähm, man hat damals noch gespielt, um, ähm, Anti-Karten. Einsatz vielleicht? So, also sinngemäß Einsatz? Ich weiß es nicht, ich könnte es irgendwie meiner kleinen alten Magic People nochmal nachlesen. Aber es ist quasi, du setzt deine Karte und der Gegner setzt auch eine Karte und wer gewinnt, kriegt dann diese Karte. Es wird zufällig eine Karte gezogen, das kann eben eine gute sein. Bei mir ist es jetzt hier die Sylvan Library, die irgendwie rausgenommen wird, bei ihm ist es Will or the Wisps. Na klar, guter Deal. Und wer das, wer das Game gewinnt, der kriegt dann halt diese Karte. Das war Richard Garfields ursprüngliche Idee, um dafür zu sorgen, dass die Decks immer in Flux bleiben. Da konnte er noch nicht ahnen, dass Leute permanent Karten kaufen und es nie ein Deck gibt, was irgendwie fix ist, sondern es sind permanent alle Karten in Flux, weil Leute sich permanent Karten irgendwie, ähm, an, äh, zulegen. Und, ähm, ja, genau, manchmal kannst du eben die Duelle auch nicht abbrechen und dann bist du eben mittendrin im Duel-Mode in diesem, in diesem Spiel, ja. Diese werden dann so ein bisschen gebalanced dadurch, dass die, ähm, GegnerInnen eben, ja, stärkere und schwächere Decks haben können, aber eben auch, dass es unterschiedliche Life-Totals gibt. Am Anfang hast du zehn Leben, du triffst auf einen schwachen Gegner, der hat vielleicht nur acht oder sieben Leben, du triffst auf einen starken Gegner, eine starke Gegnerin, die hat zehn Leben, beispielsweise, äh, 20 Leben oder 30 Leben oder so. Also, das heißt, ähm, dann hast du es deutlich, deutlich schwerer zu gewinnen und wenn dann halt noch irgendwie eine sehr, sehr starke Karte auf dich zukommt, dann, ähm, genau, ziehst du manchmal den Kürzeren und verlierst eine Karte. Ja, man kann jederzeit speichern und jeden Speicherstand wieder laden und jedem Duell irgendwie so aus dem Weg gehen. Macht man nicht, aber darf man natürlich machen, wenn man das möchte. So, und dann bist du halt in diesem Game, am Anfang wird eine Wünsche geworfen, wer anfängt. Wichtig ist noch zu erwähnen, die Mulligen-Regeln waren damals noch ein bisschen anders. Du durftest nur einen Mulligen nehmen, wenn du ausschließlich Länder oder kein einziges Land auf der Hand hattest. Oha! Wenn ein One-Länder musst du spielen, das heißt, du darfst jetzt nicht frei aussuchen. Und, äh, dann hast du ein Interface, was sich dann auch später noch in diese erste Version von Magic Online so ein bisschen weitergetragen hat. Ah ja. Das heißt, man hat auf der linken Seite irgendwie, ähm, oben den Gegner, ne, also erinnert auch noch so ein bisschen an Magic Online, ne. Also links oben hast du alle Informationen zum Gegner, links unten alle Informationen zu dir, das heißt Lebenspunkte, du siehst irgendwie dein Deck, äh, du siehst den Friedhof. Und was für Karten sich daran ansammeln, du hast deinen Mana-Pool, der ist dann daneben abgebildet, das heißt, wenn du Mana-Tappst, dann landet das im Mana-Pool. Ähm, und du hast dann auf, ähm, einmal für den Gegner und einmal für dich jeweils daneben noch die einzelnen Phasen, die du durchgehst. Also, ähm, Untap, Upkeep, Draw, äh, erste Mainphase, Kampfphase, zweite Mainphase, ähm, Endsegment, äh, quasi, also Discarten- und Aufräumphase. Und dann hast du jeweils auf der oberen und unteren Spielhälfte des Bildschirms die Karten, die ausgespielt werden. Äh, in so einem kleinen beweglichen Fenster sind deine Karten zu sehen, beim Gegner siehst du die Karten nicht, sondern nur eine Anzahl der Karten, die da sind. Und das Schöne ist, man kann die ganze Zeit so die Karten des Gegners rumschieben. Man kann die so anordnen, wie man will. Man kann die Hintergründe auch, die quasi hinter dem Feld abgebildet sind, kann man auch austauschen. Ähm, und, äh, ja, genau, da gibt's so ein paar, paar Späße irgendwie, die man, die man machen kann. Naja, und dann, dann spielst du halt dieses Spiel, kannst angreifen, es öffnet sich neue Fenster, das ist manchmal ein bisschen, ein bisschen sperrig. Man hat in der Mitte immer so ein kleines Fenster, was einem anzeigt, was man gerade machen will oder ob man weitergehen möchte. Ähm, und es macht alles irgendwie lustige Geräusche, die wir, die ihr am Anfang schon, schon gehört habt. Und, äh, ja, wenn man das sehr oft spielt und mit Geräuschen, dann, äh, genau, die verinnerlichen sich auf jeden Fall, die nimmt man mit. Und macht das Spaß? Also, das ist ja wirklich so der Kern dann, wegen dem du das Spiel dann spielst, um Magic zu spielen. Macht das Magic-Spielen in Shandala Spaß? Ja, das macht Spaß. Also, mir macht das Spaß. Auf jeden Fall, es ist Magic. Äh, die Karten werden dargestellt einfach nur als Illustration. Eigentlich schon wie bei, wie bei Magic Arena, ne? Das haben die, das haben die nicht von irgendwo her. Ähm, und wenn du über eine Karte drüber hovers, dann wird die dir ganz groß auf der linken Seite des Bildschirms zwischen den Infos des Gegners und deinen Infos zu dir ganz groß angezeigt. Und, ähm, ja, die, die Artworks, die, die wählst du immer random aus. Das heißt, wenn du irgendwie eine Karte hast, dann kann es sein, dass, wenn es zu der mehrere Artworks gibt, kann es sein, dass dir plötzlich die Karte komplett eine andere Illustration hat. Das ist irgendwie ganz witzig. Und ansonsten, ja, außer, dass so ein paar Regeln wirklich anders sind. Also, es gibt Mana Brand, Mana Burn, ne? Nicht ausgegebenes Mana fügt dir jeweils einen Schaden zu. Ähm, ähm, bis man das alles so gecheckt hat und bis man gecheckt hat, wie man auch so Stops setzen kann innerhalb dieser, ähm, innerhalb dieses Spielablaufs, ähm, dann, dann macht's auch Spaß. Dann macht's auch Laune. Am Anfang ist es halt ein bisschen hakelig und man fühlt sich ein bisschen überfordert. Aber das ist schon ganz, ist schon ganz cool und beinhaltet halt irgendwie alles, was Magic, was Magic irgendwie ausmacht in, 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 in diesem, in, in diesem Kartenspiel hier. Ich, ich find's toll. Spannend. Also, da bleibt man auch dran, bis man dann am Schluss wirklich den, den großen Endplaneswalker Gegner besiegt hat. Ähm, ja, total. Also, kommt drauf an. Manchmal, manchmal ist man auch so ein bisschen stuck. Dann kommt man mit seinem Deck nicht so richtig weiter. Man weiß nicht so richtig, was man bauen soll. Und, ähm, genau. Deswegen gibt's so ein paar, gibt's so ein paar Strategien irgendwie, mit denen man vorgehen kann. Also, erstmal muss man wissen, man hat immer ein 40-Karten-Deck. Viele Sachen werden einem nicht erklärt. Das ist das, was solche Spiele, diese alten Spiele auch manchmal frustrierend macht. Ähm, man hat immer ein 40-Karten-Deck. Du kannst aber mit einem Deck starten, was weniger als 40 Karten hat. Was viel, viel weniger Karten hat. Was keine Karten hat. Und dann füllt dir, ähm, das Game dein Deck automatisch mit random Ländern auf 40 auf, wenn du das Spiel startest. Okay. Hast du dann 39 Länder. Das muss man einmal wissen. Du kannst aber auch mit einem Deck spielen, was, glaub ich, bis zu 60 Karten ist. Ich glaube, nach oben gibt's, gibt's auch eine Grenze. Ähm, du darfst jede Karte bis zu dreimal spielen. Es sei denn, du hast ein bestimmtes World Magic, dann darfst du jede Karte viermal spielen. Ah, okay. Es gibt wichtige Kreaturen im Game. Ähm, du gewinnst, wie gesagt, meistens über halt Kreaturenschaden, ne? Man kann auch ein bisschen Burn spielen natürlich und, und, und Karten spielen wie den Lightning Bolt, der irgendwie Schaden direkt auf den Gegner schießt. Aber, äh, genau, hauptsächlich gewinnt man dieses Spiel eben, indem man sich bestimmte große Kreaturen aneignet. Und diese wichtigen Kreaturen sind in Rot, äh, der Shivan Dragon, in Weiß, der Sarah Angel, in Schwarz, der Sengir Vampir, oder Sengir Vampire? Ne, der Sengir Vampir ist das? Vampire. Sengir Vampire, genau. Das ist nur einer. Manchmal wird ja auch im Plural irgendwie beschrieben, ne? Mhm. Ähm, dann gibt's in, in Blau den Mahamotijin. Das sind alles große Kreaturen, die können auch, äh, meistens fliegen. Und es gibt dann noch in Schwarz den, ähm, gibt's noch eine gute Karte, den Hypnotic Specter, ne? Der kostet 1 Schwarz-Schwarz, ist eine 2-2 fliegende Kreatur. Creature Inspector ist der, genau. Und der hat immer, wenn du einem Gegner, ähm, Kampfschaden zufügst, dann muss der eine zufällige Karte aus seiner Hand abwerfen. Also eine sehr, 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 sehr coole, starke Karte. Das heißt, man versucht irgendwie an diese Karten zu kommen und dann irgendwie sein Mana zu rampen, um die ins Spiel zu bringen, ähm, sich gut zu schützen, um dann damit eben zu gewinnen. Du kannst natürlich auch Land Destruction spielen, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, ähm, Länder zu verzaubern, zu zerstören, zu beschädigen, wie auch immer. Äh, wie gesagt, gegen den Gegner macht das alles immer ein bisschen mehr Spaß, als gegen, gegen so einen Computergegner macht es mehr Spaß, als gegen echte Gegner. Und, ähm, ja, du spielst natürlich Duelländer, wenn du, wenn du mehrfarbig bist und ganz wichtige Karten sind so, ähm, Schwerter zu Flugschaden, ähm, oder Paralyze, die eben deinen Gegner sehr, sehr gut in, in Schach halten. Terror ist irgendwie eine wichtige Karte, also guten Removal, du kannst die besten Länder spielen, das, äh, den besten Mana-Ramp und so. Und wenn man auf dem, auf dem Schirm hat, dass man eben diese großen Kreaturen braucht, dann weiß man auch so ungefähr, in welche Richtung man hier, man hier gehen kann. Cool, das klingt, äh, das klingt, äh, spannend und das klingt auch nach einem spaßigen Spiel. Also, äh, ich hab mir mal hier deine Deckliste angeguckt, die du hier noch verlinkt hast, da sind wirklich ganz, ganz, äh, tolle Karten drin. Also, du hast ja vorhin gesagt, du hast dir dann wirklich die ganzen Moxe reingepackt, äh, Soulring seh ich hier, Demonic Tutor, ähm, Swords to Plowshares, ähm, Time Walk, Ancestry Recall. Ähm, das klingt nach einem ganz, ganz tollen Deck. Das ist das Uber-Deck hier natürlich, ne, genau. Du kannst bestimmte, an bestimmten Punkten kannst du im Spiel auch manchmal, äh, gibt's irgendeinen Wizard, der sagt dir, hey, zur Belohnung kannst du jetzt einen Spell, den du hast, duplizieren. Und dann wählst du halt deinen Mox aus und hast plötzlich zwei davon. Oder dein, dein Lotus oder wie auch immer. Manchmal passiert das. Ähm, genau. Das ist, das ist richtig cool. Ähm, was ich noch nicht beschrieben hab, ähm, wenn du in die, in die Städte kommst, ähm, diese Quests, das wollte ich noch kurz erwähnen, du kannst in den Städten eben Quests annehmen. Da sitzt dann halt so ein alter, so ein weißbärtiger, glatzköpfiger Mann, beschienen von drei Kerzen und der sagt dann halt, ähm, hey, willst du einen Mannerling haben, dann, äh, bring diese Nachricht zu meinem Bruder. Denn in jeder Stadt sitzt derselbe weißbärtige Typ, der dich immer zu irgendeinem Bruder schickt, ähm, manchmal sagt er auch, hey, uns, genau. Ja, der genauso aussieht und die sind alle irgendwie verbrüdert miteinander. Manchmal sagt er aber auch, hey, es gibt hier eine Kreatur, die unsere Stadt belagert, bitte, bitte befreie uns von dieser Kreatur. Und, ähm, der belohnt dich dann eben mit Amuletten, mit Gold, mit, ähm, Dungeon-Clues gibt's dann manchmal auch noch. Ähm, aber vor allem eben mit diesen Mannerlings, die man haben will, damit man mit mehr Lebenspunkten in ein, in ein Spiel startet. Und, naja, und die, die Dungeons und die Castles hab ich schon erwähnt, das sind so kleine Labyrinthe, die überall stehen die Gegner herum. Man kann eben, äh, diese, man kann auch dort so Fragen beantworten, man kann aber auch kleine Würfelchen einsammeln. Und die Würfelchen geben dann eben einem Punkte, mehr Lebenspunkte, mehr Stadtlebenspunkte beispielsweise. Oder ein, eben, eine zufällige Karte, eine zufällige Kreatur deines Decks zu Beginn des Spiels, was du als nächstes, ähm, startest. Das ist tatsächlich auch der Trick von den Speedrunnern. Also, wie ihr auf jeden Fall das Spiel immer gewinnen könnt, Speedrunner schaffen das Spiel in elf Minuten durchzuspielen. Wie ihr das Spiel locker in einer halben Stunde durchspielen könnt, ist einfach folgendes. Ihr wählt das rote Deck, ihr startet das Spiel, ihr verkauft alle eure Karten, die nicht rot sind, die ihr nicht zwingend braucht. Also, ein paar Pumpspells könnt ihr behalten, ähm, und, ja, aber Länder und, ein paar Länder und eben ein paar rote Pumpspells. So, dann, aber keine Kreaturen, die verkauft ihr alle. Dann zieht ihr los und macht folgendes, sucht euch entweder irgendwo einen Shivan Dragon, das heißt, äh, ihr habt jetzt Geld, weil ihr die Karten verkauft habt. Ihr kauft diesen Shivan Dragon, weil ihr irgendwo einen, zufällig einen Ort findet, wo man den kaufen kann. Oder ihr marschiert direkt ins erste Schloss rein, was ihr finden könnt. Geht in dieses Schloss rein, ähm, besiegt quasi mit der, manchmal könnt ihr noch eine verbleibend, eine Kreatur im Deck lassen. Eine Kreatur im Deck lassen, die wird dann zufällig als eure Stadtkreatur ausgewählt, mit der könnt ihr dann, weil ihr sie quasi schon direkt im Spiel ist, relativ schnell den ersten Wizard besiegen. Und dürft euch danach zur Belohnung eine beliebige Kreatur raussuchen. Dann holt ihr euch den Shivan Dragon, haut alle anderen Kreaturen raus oder kauft euch eben den Shivan Dragon. Und in einem Dungeon mit dem entsprechenden Bonus startet er eben direkt am Anfang im Spiel. Könnt ihn dann noch pumpen und gewinnt damit halt das Game innerhalb kürzester Zeit. Die große Herausforderung, die dann noch bleibt, ist es einfach nur, die anderen Schlösser zu finden auf der Karte und nicht in irgendwelche Duelle aus Versehen reinzurennen. Und, ähm, damit habt ihr das Spiel dann gewonnen. So, das ist die unromantische Art und Weise, das Spiel durchzuspielen. Aber du hast es einmal komplett richtig durchgespielt, hast alle fünf Wizards besiegt und den, jetzt muss ich mal gucken, wie hieß der, äh, schlimme Planeswalker? Azakon, ich vergesse den auch immer, der wird ja am Ende nur an einer Texttafel einmal angezeigt. Azakon? Ja, das hast du geschafft. Ne, den hab ich nicht besiegt. Ne, dazu müsste ich tatsächlich mir nochmal ein besseres Deck aufbauen. Ähm, mach ich vielleicht im nächsten, im nächsten Run-Through. Also ich hab's mehrere Male schon durchgespielt, aber diesen letzten Typen, den hab ich noch nicht besiegt. Ähm, wir können euch aber im Walkthrough nochmal, ähm, eine Komplettlösung des Spiels auch nochmal verlinken, wo ihr seht, wie ihr das unter Umständen schaffen könnt. Und, ähm, ja, mit den, mit der entsprechenden Qualität von Karten und einer Kombo, ne, man muss sich einfach eine Kombo ins Deck setzen, die dann halt, ähm, beliebig lupen kann. Dann könnt ihr das durchaus, durchaus schaffen. So, kleine Rezension zum Schluss, kleines Fazit. Also ich kann ja erstmal sagen, wie es auf mich gewirkt hat. Also ich find's, ich find's erstmal spannend, dass halt um dieses, wie ich spiele ein Magic-Duel nochmal so eine Abenteuergeschichte gebastelt wurde. Und dass das alles versucht wurde halt, äh, in diese Fantasy- und Rollenspielwelt reinzubringen. Das klingt sehr kreativ, wie gesagt, ich hab ja schon gesagt, es klingt sehr mutig. Und ich, ich fand's, ähm, ich fand's wieder mal bezeichnend, was man alles mit diesen Magic-Spielsteinen machen kann. So wie Mark Rosewater auch immer sagt, das sind eigentlich nur die Spielsteine. Und ihr überlegt euch, was ihr da draus macht. Und hier hat man eigentlich ein komplett anderes Spiel draus gemacht, das im Kern zwar immer noch Magic-Partien beinhaltet, aber diese ganzen Ressourcen und was, was die Karten symbolisieren, wo es die Karten gibt und wie man Karten bekommt, eigentlich sehr kreativ umgesetzt wurde, in den damaligen Möglichkeiten, ein Computerspiel zu machen mit Rollenspielelementen. Ja, ich find's cool. Für mich ist es, find ich, die perfekte Ergänzung. Also ich, ich wollte unbedingt ein Game haben, ein digitales Spiel, in dem man frei mit Magic-Karten spielen kann, die nicht in Boostern sind und die man sich nicht irgendwie extra kaufen muss und so weiter, sondern die man sich irgendwie halt durch ehrliches Spielen irgendwie erspielen kann. Und diese Version hat einem alles geboten. Ich muss allerdings dazu sagen, es hat echt eine Weile gedauert, bis ich mich so in dieses Regelwerk eingefuchst hatte. Also ich hab's tatsächlich sehr lange gespielt, ohne so richtig zu kapieren, was passiert da jetzt, was sind diese World-Magics, was hat's jetzt genau mit dem Food auf sich und so weiter. Da musste ich mich ein bisschen reinlesen, weil ich nirgends, muss ich leider sagen, wirklich nirgends eine richtige, so eine richtige Beschreibung, so ein richtiges Manual irgendwo gefunden habe. Sondern hab dann über, über solche kleinen Walkthroughs, die ich, die man eben durchlesen kann und über, über das, was die Streamer und Streamerinnen da auf YouTube hochgeladen haben, sich dann eben selber sozusagen erschauen kann irgendwie. Und das war, das war ein bisschen doof, aber so ist es halt bei diesen alten Spielen. Aber wenn man einmal drin ist, dann ist es echt, dann ist es echt nice und macht Spaß, wenn man weiß, okay, ah, hier um eine Karte zu kaufen und das Kaufen irgendwie abzubrechen, muss ich halt jetzt Y oder N drücken, aber da die von der amerikanischen Tastatur ausgehen, muss ich halt Z oder N drücken, so. Das sind solche Kleinigkeiten, die am Anfang durchaus mal nerven können. So. Warum muss ich plötzlich meine Tastatur benutzen, wo ich es vorher überhaupt nicht musste? So ein Zeug. Naja. Das Spiel kam aber damals relativ gut an. Ja, es wurde 400.000 Mal verkauft bis zwischen 97 und 99. Wurde eigentlich relativ gut bewertet, aber es wurde immer wieder angemerkt, gerade zum Grundspiel, dass es halt eben nicht übers Internet spielbar ist. Was mich wundert, also 97, 98, keine Ahnung, ich hab da noch nicht viel vom Internet mitbekommen zu der Zeit, aber ja, das war einfach die Zeit, wo es losging und wo man das halt von so einem Spiel auch irgendwie erwartet hat. Und ja, es gibt Fans, inklusive mir, die bis heute dieses Spiel geil finden und sogar solche Fans, die das dann eben mit modernen Karten, mit einem modernen Kartenpool irgendwie versehen und ja, ermöglichen, dass das Spiel eben weiter auf immer wieder andere Art und Weise gezockt werden kann. Cool, das heißt, wenn ihr das jetzt gut fandet, was Geist euch erzählt hat, dann probiert es gerne mal aus. Wenn ihr Zugang zu Windows-PC habt und ladet es euch runter und Windows, ja. Spielt mal und schreibt uns mal, was ihr erlebt habt in Shandala und wie ihr, was ihr für Decks gebaut habt. Ja, unbedingt. Und welche, welche Charakter ihr gebaut habt, bitte, mit Screenshot am besten. Das fände ich richtig mega nice. Vielleicht habt ihr noch einen alten Spielstand oder so. Vielleicht habt ihr das Spiel schon und könnt uns noch irgendwie von alten Partien, die ihr irgendwie vor fünf Jahren mal gemacht habt oder vor zehn Jahren mal gemacht habt, schicken. Decks natürlich, Karten, die ihr gefunden habt und ja, teilt es mit uns sehr, sehr gern. Entweder online auf unserer Website auf www.tastymtg.de, direkt unter der Episode oder einfach auf Twitter unter dem Handel at tasty-mtg. Ja, vielen Dank, Geist, für deinen Einblick in Shandala. Du hast ja auch eine Playmat gemacht, die sehe ich ja ab und zu, wenn wir gegeneinander spielen. Dann sehe ich die Shandala Playmat und war immer neugierig, was sie ja nur verbirgt. Und danke, dass du mal so ausführlich darüber berichtet hast. Ja, vielen Dank. Sehr, sehr gern. Dann kommen wir zu unserer Nachspeise für heute. Und ja, Geist, was gibt's? Ich erkläre das Wortspiel nicht, aber es gibt Brausepulver. Pritzel so. Wer meine Shandala Playmat mal sehen möchte, der muss mit mir natürlich Magic spielen. Wo kann man mit mir Magic spielen? Entweder man trifft mich zufällig irgendwo. Du hast mich immer dabei. Das passiert aber zur Zeit relativ selten, wo man mich gezielt finden und auch mit mir spielen kann, ist auf dem Tasty-mtg-Discord-Server. Und dieser Tasty-mtg-Discord-Server, der hat ein Thema und das ist Pauper. Wenn ihr mal Bock habt, mit uns zu paupern, mit mir zu paupern, mit anderen coolen Leuten zu paupern, dann kommt auf diesen Discord-Server. Man sagt ja, hab ich gestern gelesen, Pauper ist ein Common. Common. Ja, und jeder ist auch herzlich willkommen. Gut. Also, ja, ihr seht, das ist ungefähr das Niveau dieses Servers. Wir tauschen uns aus über die Meta, über Decks, die mit diesen gewöhnlichsten aller Karten gespielt werden. Und es macht große Laune und ich habe munkeln hören, dass da auch das ein oder andere In-Person-Paper-Event in nächster Zeit anstehen könnte. Da halten wir euch auch auf dem Discord auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und etwas ganz Besonderes gibt es da jetzt auch zu finden. Und zwar der liebe Dennis, den ich letzte Folge schon erwähnt habe. Hi Dennis, da bist du schon wieder, genau. Und diesmal möchte ich erwähnen, dass Dennis was echt ziemlich Cooles gemacht hat. Und zwar hat er einen Braubot programmiert. Einen Discord Braubot. Und den kann man eben, ein Pauper Braubot, und den kann man eben finden und ausprobieren auf unserem Discord. Der Link ist übrigens in unserer Twitter-Bio verlinkt oder vielleicht auch hier in den Shownotes nochmal. So, ihr kommt also auf unseren Discord und gebt ein im Braubot Ausrufezeichen Brau. Und dann kriegst du halt ein zufälliges Deck ausgespuckt. Und dann ereilt euch zum Beispiel so eine Nachricht. Was willst du haben? Verflüchtigten Grübelschlängler? Nee, alle Fässer sind komplett leer getrunken. Siehst du nicht, wie voll es hier ist? Als hätten sich hier alle Bauern versammelt. Hm, warte. Ich habe hier noch ein Punkt, Punkt, Punkt. Also hier befinden wir uns in unserer kleinen Taverne. Und hier bekommen wir von Asmora Nomadica, da ist in der Kulta K persönlich aufgetischt, dieses Deck blau, Control, mit vielen glänzenden Artefakten. Ganz nach deinem Geschmack. Und dann kann man das Deck noch bewerten und kann sich das bauen. Also alles ausgerichtet auf Pauper-Decks und immer wieder lustig, ziemlich casual angelegt natürlich. Und bald wird es auch noch sowas geben, wie das einem womöglich dann Beispielkarten oder Kartenvorschläge direkt mit angezeigt werden. Und auf Englisch gibt es das Ganze auch schon, Ausrufezeichen Brew. Und Dennis hat einen eigenen Discord für diesen Bot gemacht, wo man auch ein bisschen mithelfen kann und mitgestalten kann, was dieses Ding kann. Den verlinken wir euch selbstverständlich auch noch. Schaut euch das Ding auf jeden Fall mal an. Das ist, finde ich, eine wirklich coole, kleine Casual-Sache und zeigt, was Discord auch für eine coole Plattform ist. Ja, cool, dass man da alles reinbasteln kann. Und ja, danke auch nochmal an Dennis für diese schöne Erweiterung von unserem Discord-Server. Ich möchte mich noch bedanken bei allen, die uns bei Steady unterstützen. Das sind in diesem Monat Sönke, Lutz und Daniel. Herzlichen, herzlichen Dank. Alle, die uns auf Steady unterstützen, bekommen ja seit letztem Monat auch immer noch so eine kleine Bonus-Folge, die wir jetzt gleich im Anschluss noch aufnehmen. Booster-Fun mit Geis und Martin. Da machen wir Booster auf und überlegen uns, was wir Spaßiges mit den geöffneten Karten machen. Für heute haben wir uns überlegt, spielen wir ein kleines Magic-Minigame, wo wir gegenseitig Karten raten. Also wenn ihr das hören wollt, dann unterstützt uns doch mit einem von den drei Geschmacksrichtungen, die es hier auf Steady gibt. Und wir haben schon fast 50 Prozent unseres aktuellen Ziels erreicht, damit unsere laufenden Kosten gedeckt sind. Also macht das gerne. Und wenn ihr nichts übrig habt, um uns in den Hut zu werfen, dann freuen wir uns natürlich auch, wie beim letzten Mal, über ganz, ganz viele Kommentare. Das hat uns wirklich sehr, sehr gefreut, wie viele da gekommen sind zu der Baldur's Gate-Folge. Also haltet dieses Level gerne und schreibt uns, was ihr von dieser Folge haltet, was ihr gerne mal hören würdet bei uns. Da freuen wir uns auch drüber. Ja, vielen lieben Dank. Danke euch für die Unterstützung und lieben Gruß an Sönke, mit dem ich gestern erst gepoppert habe. Also auch, genau, auch ein Popper-Aficionado. Schön, freue ich mich extrem drüber, über jede einzelne Person, die uns irgendwie findet und uns irgendwie auch Feedback schickt. Danke. Dann danke ich dir, Geis, für diese schöne Reise nach Chandala. Und wir machen jetzt gleich im Anschluss noch einen Booster auf. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns wieder zur nächsten Folge. Ist ja noch ein bisschen hin bis zum nächsten Standard-Set. Das heißt, vor der Sommerpause gibt's noch eine Folge. Und wir haben was im Köcher, was wir da gerne machen würden. Oh, drückt uns die Daumen. Und wenn's klappt, hört ihr das bald. Yes. Cool, ich freu mich drauf. Bis dahin, erstmal tschüss und ja, danke Geis, bis bald. Jetzt würde ich mich noch gern mit so einem schlauen Spruch aus Chandala verabreden. Ja, und immer schön merken, teilweise weise sein. Bis zum nächsten Mal.